äh okay ja das ist glaube ich ein Hut kann man nicht so gut erkennen Sonnencreme nochmal Alkohol oder ist das Sonnencreme oder Sport Performance Active Tribe Protector oder eine Creme auf jeden Fall hey Larry oh gibt es dafür keine Übersetzung okay thanks for your letter yeah it's really white out here damn good to clear the head again it's exactly what I really need right now you know how twisted life can be but who am I telling this toll toll no matter no matter no matter which direction you look at there are trees trees and a few more trees sometimes a raccoon drops by but that's all the visitors I get here man es ist so blöd dass er das so schief hält warum hält er das so schief oh mein Gott das ist richtig eklig jetzt habe ich es nur noch schlimmer gemacht das ist richtig eklig legst wieder hin und nimm es nochmal so hier geht's hmmm I haven't seen any rangers here either but there seems to be something strange going on out here I guess that's what happens when you're in the middle of nowhere your imagination your imagination goes wild talking about strange characters another lookout sometimes reports to me on the walkie a woman and she's been doing the job a lot longer than me but I really can't figure out can't figure her out I'll keep you informed on my mysterious walkie relationship well that's all for now I'll let you know when the raccoon pushes me off the outhouse seriously there's only an outhouse here but hey it's more than you have out there at your cabin stay safe hank okay das scheint auf jeden fall und doch nicht alleine zu sein aber scheinbar ist das der einzige andere den es hier gibt hat uns schon mal einen brief geschrieben ich check nicht so ganz ehrlich gesagt was hier vor sich geht wir haben das gelesen ja okay viel mehr gibt es hier nicht soll ich mal den modus an machen oh ja da wurde wer weggezerrt zu dieser tür raus wo führt denn die tür hin ich komme gar nicht mehr zurück okay 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 ist der tisch um umgeworfen quasi die tür ist auch zu hey warum geht das denn immer so schnell wieder weg das ist wenn ich hier hingehe bin ich ja theoretisch hinter dem tisch spiel ausgetrickst aber auch das bringt mir nix hier ist ja kein item hm okay ich aktiviere es nochmal vielleicht habe ich doch irgendwas übersehen hier ist einer nur diese spur hier ist einer nur diese spur zur tür mehr ist er nicht was soll ich jetzt machen wenn die türen nicht mehr auf ich kann nicht mehr raus und da komme ich auch nicht rein hier kann ich auch nix durchsuchen gut der alkohol ja ich aktiviere das nochmal wenn ich hier stehe wegen der flasche vielleicht ne aber die scheint auch nicht ausschlaggebend zu sein ähm alter das ist so schnell vorbei boah das macht mich jetzt schon mad sorry ne da ist auch nix ah das bild können wir uns noch angucken hank dad william okay wir haben also mit hank auf jeden fall auch schon gechillt das können wir hier rein wurde auf jeden fall einer reingezerrt ist halt so dunkel dass ich den schlüssel überhaupt nicht gesehen habe das bild auch nicht aha boah das ist äh ein bisschen anstrengend muss ich sagen verstehe auch nicht warum das nicht übersetzt wurde lost in the worst thing lost in the worst thing lost in the worst thing that can happen to you in your life i i am not i am not talking about boah ich kann halt auch nicht ranzoomen more professions talking about people friends about family i lost my beloved wife years ago williams mother okay williams mama ist also schon tot hm was drunk okay autounfall äh alkohol war im spiel me and a self book for alkoholics ja okay aber scheinbar haben wir ja trotzdem gesoffen i became i became one myself an alkoholik okay aber wir sind ein alki okay maybe i should have read my own books once but it was so nice was nice heißen just to drown the pain ah ja okay wahrscheinlich mit dem alkohol ne das klar the grief and just to forget everything also william my son ne my mom my son also william my son doch klar all that i have left but alkohol makes you blind to everything i just don't know what to do anymore okay das ist alles sehr sassier na ein knief okay okay wir haben scheinbar das den gegenstand wieder gefunden ah ja okay wir sind wieder hier bei far cry wo es war's da sitzt er gleich im käfig der was wo es war's ja gute frage er erinnert mich echt übel an far cry ne diese rumfliegenden sachen genau wie in far cry 3 oh da muss ich kundern nicht runterfall ei 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 ja das kann ich mir vorstellen ja das kann ich mir vorstellen er war jetzt einfach ertrunken oder aus dem see gefahren und wir waren besoffen in der hängematte nichts mitgekriegt oder wie muss ich das ganze verstehen unsere frau ist beim autounfall gestorben weil ein besoffener in sie reingefahren ist nicht so richtig verstanden hab und ja das haben wir scheinbar nie so richtig verkraftet und dann dann wir sind wieder hier da stand noch ein glas ich dachte vielleicht kann ich dran zippen ein sip nehmen so wie jetzt hier mal von meinem water das machete was no use i should have left this place when i found that cabin i knew what i felt wasn't right i just didn't know that night would be my last i didn't know what it was but what i saw in that cage had come for me whoever made that thing must have known i went to the police this is where my story ends drunk and scared in a corner is this how william felt alone and scared your story carries on you must learn the tales of these woods they are what's holding us back we all live with our actions our consequences but do you go now there is someone else who would like to see you also sind wir doch nicht larry sondern das war jetzt einfach seine Geschichte und jetzt fängt es an um uns zu gehen ja jetzt können wir da hoch okay das ist alles ein bisschen seltsam aber na gut hinterfragen wir mal nicht zu viel unschöne Geschichte auf jeden Fall er hat sich dann totgesoffen nachdem sein Kind und seine Frau auch beide tot waren und hat hier in dem Wald so sein Ende gefunden und irgendwas scheint es mit diesem Wald auf sich zu haben you're back not again I guess we'll start where we always do I'm Sarah I came out to these woods to get away much like Larry while I didn't lose a son I did take one away you see I'm a forensic archaeologist I dig up bones for a living and I'm quite good at it until my last case my evidence put the wrong man behind bars I'm out here to solve a cold case make what I did right come on there's not much daylight left wie not much daylight auf Nacht habe ich wenig Bock vor allem wenn hier irgendein komisches Viech umher geistert oder war das nur in seinem Kopf okay wir kriegen scheinbar verschiedene Geschichten erzählt von Leuten die hier im Wald gestorben sind oder getötet haben oder beides wir laufen auch immer tiefer in diesen Wald rein ne Sarah was hast du denn hier ausgegraben was hast du hier ausgegraben was du nicht hättest ausgraben sollen oh das äh ist schön bitte nicht Nacht werden lassen da hätte ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf mhm mhm jetzt ist der so als erstes gebuddelt ich will mal gucken wo es hier noch hingeht erstmal geht es hier nicht weiter okay verstehe das heißt ab in den Modus hier wahrscheinlich wieder oder selber kein Hinweis ey ey er ist so schnell immer vorbei was soll das denn was hat sie denn hier ausgegraben ich kann das gar nicht sehen okay ich sehe keinerlei Hinweise also oh wer bist denn du hi ähhh verstehe nicht ganz was hier abgeht ja okay der muss kann wieder auffallen ähm fliegt der einfach so random hier rum oder was das hat doch was zu bedeuten hier komme ich halt auch nicht drauf ich sehe hier auch nichts hier geht es ja auch nirgends mal hin ähm gehe ich nochmal hier hoch hier waren wir ja vorhin aber hat ja auch nichts geleuchtet ah doch da achso ja toll danke hä musst du da hingehen was okay das ist komplett wo bin ich wo bin ich private detective case p jack detective sarah mark detective auch wieder wir marcel ah und larry die haben auch dieselbe schreibmaschine wie larry praktisch meine erste case ein adolescent homicide manchmal ist es leichter die offizielle Worte benutzen als zu sagen dass jemand ein Kind zu töten und sein Körper auf einem Roof ich habe so viele Stunden in diesem Schaue versucht es herauszufinden mhm schön dass ich die aufmachen kann wenn da überhaupt nichts drin ist ja hat sie nicht unrecht dna ergebnisse dna ergebnisse es ist eine schande das ergebnis der erneuten dna test zu deinem letzten fall ist da die dna stimmt nicht überein hast du eine ahnung was das für uns bedeuten könnte oder für deine karriere der richter wird sich die hände reiben wenn er nur davon hört du hast vielleicht gerade den falschen lebenslängen ins gefängnis gebracht wir setzen dich auf den fall im wald an die ausgrabung sollte dich vor keine probleme stellen es wurden personen vermisst gemeldet aber es gibt keine knochen finde sie und bitte stell sicher dass es menschenknochen sind oooook okay mhm why what the hell who did this my office all my things my papers my files ah years of my life are in here all my cases everything i ever worked on all scattered and messed up who would do this and why why so many how sometimes it's only when you step back and take a look at the whole tableau that you can make sense of where each individual fragment belongs what it all means but you i could never make sense of you and now this how dare you no sorry how could i dream for my life all three are dead mit anderen worten das heißt auch wieder einfach dass wir ein depressives frack sind genau genauso wie larry und wir hatten sogar den fall larry also stehen wir irgendwie in verbindung mit dem ganzen oh oh die axt william williams axt oder oh jetzt sind wir auf der anderen seite okay hmmm das ist natürlich doof das ist natürlich das ist natürlich doof das ist natürlich doof das ist natürlich doof dass wir den falschen reingebracht haben das ist ja wahrscheinlich über uns hier haben wir jetzt auch schuldgefühle genau wie larry bei seinem sohn dass er quasi sein leben beendete was du nicht sagst hier können wir lang ja können wir ja menschengenommen sollen wir finden ne ja aber sie hat hier ja hier ein bisschen gebuddelt aber irgendwie nix gefunden diesmal kommen wir einfach so weiter muss ich meinen komischen hinweis modus nicht anmachen sieht immer so aus als wäre das blut aber es ist einfach die rinde ab ja irgendwas was aussieht wie ein wolf das fühlte ich stand auf schaute auf ich schaute nachher nachher und nicht zurück ich war zu viel auf das Problem zu lösen nach einem Moment ging das Gefühl weg und ich habe mit meinem zu lösen das hat mich nicht schraubt ich glaube nicht ich durfte einfach weiter es wird immer dunkler es wird immer dunkler da lagen zum ersten Mal aus den Verknochen die Menschenknochen oder ja die Menschenknochen oder da war ich schon richtig ich muss noch mal aktivieren die Axt ich darf ich nicht nehmen oder was warum nicht warum darf ich die Axt nicht nehmen jetzt vielleicht jetzt vielleicht nee gut dann folgen wir mal den Spuren hier der ist leider immer sehr schnell wieder weg okay die führen zurück